So, das ist das erste Video bezüglich Australien und heute ist unser Termin im Reisebüro. Es ist der 5. Juli und wir wollen Anfang September losfliegen. Es ist so komisch mit der Kamera zu reden. Ich komme mir echt bescheuert vor. Aber vielleicht gewöhne ich mich ja dran. Hallo, dass es geht. Guck, guck. Also auch von Hongkong gibt es keinen Direktflug nach Kern. dann müssten wir entweder in Sydney oder auch in den Melbourne oder in Brisbane, könnte man auch zwischenlanden. Es gibt ein Foto, der direkt von Hongkong nach Cairns. Da muss man aber vorher nach London. Genau, ja stimmt. Du musst erst nach London, dann nach Hongkong und von Hongkong... Sind wir uns jetzt sicher, dass wir jetzt nur, also das wäre ja jetzt so eine Theorie, ob wir jetzt hin und rück buchen? Oder nur mal erst hin vielleicht? Ich weiß ja nicht. Hin und rück ist auf jeden Fall deutlich billiger. Aber ich werde nur hin buchen. Hinkostet ja knapp. Wir können einfach mal losfahren. Dann kannst du zum Beispiel sagen, wir fahren am 15. März zurück. Und dann kannst du nochmal sagen, nee, wir möchten doch nicht am 15. März. Wo ist denn mehr Platz? Ich sitz vorne. Das war mir klar. Niemals. Niemals. Niemals, sagst du? Links ab hier auf Poststrasse. Links ab hier, na ja. Das war schon grease. Willst du es ehrlich durchziehen? Ja. So, wir kommen jetzt vom Reisebüro. Du lachst da jetzt schon. Tja, und was haben wir so gemacht? Tickets gebucht, ne? Für den Flug. Ja, über Dubai. Richtig. Drei Nächte bleiben wir da. Jetzt habe ich Hunger. Ich auch. Du musst arbeiten. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Ach, du musst gleich noch arbeiten. Wir haben alles erledigt. Und jetzt muss ich mir selber was zu essen machen. Scheißerак. Ja. Ich habe Hunger. All materials wems her. Bis zum nächsten Mal.